... Es ist wieder soweit, Leute, es ist wieder soweit. Ein Schwachsinnsspiel! Das ist auch immer so eine Mistkacke hier spiele. Ah, Hillclimber. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Fahrzeug. Fahrzeug. Ja, hä? Ach so, ja, ich bin dumm, da steht starten. Ja, ich will das Fahrzeug. Was muss ich da jetzt machen? Das ist ein Shit hier, aber ich sage mal einfach nur. Hillel wird geschafft. Ich bin auf Dach gelandet. Ich bin auf Dach gelandet. Ich bin nix, Album. Button betätigen zum Fortfahren. Aha, okay. Ich mach das mal aus. Ich leg eigene Musik drunter, ist egal. Schlamm anziehen, Hintergrund scrollen, Pedale. Ah, hier, damit ihr seht, was ich mache. So, weiter. Ich brauche nicht tunen. Das ist aber eintönig, wenn man... Das macht ja richtig Spaß. Wow, wow. Warte, sie mitspringen. Oh, nee, nee, nee. Fahrer tot. Okay. War für die Schuld tot. Nochmal. Springt der jetzt auf der Tasse oder was? Ich weiß es nicht. Nee, der ist einfach zufälligerweise gesprungen. Das hat jetzt hier einfach nur so ein Distanzspiel oder was? Das ist immer die selbe Strecke. Ah, nee, nee. Jo, jo, nee, jo. Alter, geil, Alter. Nee, nee. Steht hier immer ne Zeit. Nee, der Rooster mit seinem Gesicht übertrogen. Alter, das ist ja richtig, das ist nicht wegdraffiert. Aha. Ach, das ist hier einfach nur so ein Schmeißspiel. Ja, gib mir nicht. Nee, ich will kein Video angucken. Dann halt nicht. Wie viele Münzen habe ich? Ah, okay. Fahrzeug. 75.000. Ah, dann halt nochmal so. Ich werde in meinem Leben nicht erreichen. Level 2. Es gibt 400 Meter. Okay, schaffe ich. Ich wollte mal so ein Spiel runterladen. Das heißt Ufus Drop. Aber das gibt es nicht für den PC. Ah, Gott. Oh, hier. Nee, nee, nee. Bremsen. Das fliegt auch nach vorne. Bärch hoch, höchstens Bremsen. Aber sonst nicht. Nee. Beweg dich da hoch. Beweg dich. Stief. Alter. Alter. Oha. Oh, der Sprit hält mir nicht mehr so lange. Ich brauche Sprit. Ich brauche Sprit, sonst fährt er auch ein erster Hügel. Aua. Oh, hier, das macht nicht Spaß hier. Oh, ja. Krass hier aufhören. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, die Diamanten hier. Du Diamanten. Fünfflischen. Nee. Da hat man das Glück gehört. Fahrradtot. Alter, ich habe erst vier Minuten. Ich kann das jetzt nicht. Das wird ein Minispiel hier. Genixt halt so. Wie viele? Ach, guck mal hier. Ich habe schon ein paar Sachen hier. Guck mal hier. Dann machen wir das da. Ja, kauf dir. Kauf dir. Gib Geld aus. Ist egal. Hier, Fahrwerk oder was ist das? Allrad. Geil, leider, geil. Und weiter geht's. Ich will jetzt mal ein bisschen weiterfahren hier. Bam, mal, bam. Hau einfach das Auto durch die Gegend. Ist doch egal. Oh, hier, kommt das ab. Nee. Nee. Oh, das Knick. Schneller. Da muss ich wohl doch noch ein bisschen. Ja, ja. Hier, komm. Jetzt stand da. Das ist das meist runtergeladene Fahrspiel. Danach ist es bestimmt aber auch das meist gelöscht, oder? Kann das sein? Würde ich mal so auch. Scheiße, ey. Ui. Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Fahr weiter. Du lebst noch. Du lebst doch noch. Jetzt tu doch nicht so. Oh, Mann. Ich mach das auch nur... Ich hab gerade, äh, der Profit-Metzplatz in der Aufstellung. Ich dachte, ihr werdet die bestimmt vorher sehen. Gefordert. Jetzt nicht schon wieder. Oh, Gott. Bist du denn dumm wie Brot, ey? Oh. Ja, ja, ja. Nix halt so. Am Arsch. Hier, komm. Weiter. Ey, mal da, ey. So, da oben auf der Brücke muss man wieder aufpassen. Au, aufpassen. Bremsen. Oh, fährt vorsichtig. Vorsichtig. Ganz vorsichtig fahren. Das Auto ist, äh... Das ist wie ein Kätzchen. Man muss aufpassen, was man... Oh. Man muss aufpassen, sonst haut es einem die Fresse weg. Und man rutscht mit dem Gesicht über den Boden. Das ist wie meiner Katze. Oha. Oha. Ich hab doch schon das dritte Fahrwerk ausgerüstet. Ich muss doch hier durchballern wie sonst was. Oh, Gott. Oh, Blü... Verdrüste ist ja, ich will das, äh, ich will wahrscheinlich auch noch ewig spielen, wenn ich das jetzt hier als Facebook angeben. Jetzt fahrt er auch... Das stimmt, komm, ich will auch noch... Äh... Äh, das Sprünge. Wo man gar nicht anders können, als drüber rasen. Alter. Ja, jetzt, nee, 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 nee. Äh... Aber ich hab noch keine 9000. Weil ich dumm wie Brot bin, hab ich das nicht gesehen. Ja, 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 ja. Hm, da wird rein, ist klar. Ja, das macht so einen Spaß, Alter. Das macht so krass. Äh, jetzt kriegt er schon wieder um. Ich brauch ein Dach. Oder ein Überrollbügel da. Was ne Ficke hier. Hm. Vielleicht können wir uns was Neues kaufen. Ich kann das nicht länger als 10 Minuten oder 15 Minuten höchstens machen, also. Nee, nee. Das ist ja immer nur dasselbe hier. Der ganze selbe Scheiß. Ich könnte natürlich auch Geld dafür ausgeben. Mein Paypal ist übrigens, äh, paypal.me slash Flaschenlivo. Also, wenn ihr, äh, wollt, dass ich mir ein lustiges Spiel kaufe, die ich euch jetzt playen kann, dann weiß ich einfach, hab Geld dafür. Ihr könnt auch ein spezielles Spiel dann in die, äh, in die, äh, in den Betreff schmeißen. Dann, äh, spiele ich das. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vorsichtig hier über der Brücke fahren. Vorsichtig. Ah, ich hab zu wenig Geduld für so ne Wichse. Ich hab auch keinen Bock jetzt hier. Als ich dann angefangen hab, dachte ich so, oh, nee. Nee. Ah, ah. Ich hab einen neuen Kurs. Ich hab einen neuen Kurs. Langsam, 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 ne, 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 ne. Was hast du verdient? Arschloch. Da ist noch ein Foto da. Blöder Scheiß, äh, Gaffer da. Oh. Wie schlau ich denn jetzt? Zehn Minuten. Oh Gott, ey. Das kann ich nicht mehr. Ach so, ich hab kein Geld dafür. Was ist da da? Weiß ich nicht. Hier, wo den Blockpustel. Könnte ich auch machen. Hier, kauf dir das. Weg mit der Scheißkohle hier, brauch ich eh nicht. Fahr. Fahr. Wenn jetzt die Steuerung der Kuh ist, dann raste ich aus. Was soll der Cursor da? Gott, ey. Oh, das war wirklich besser. Das wäre leid. Ja, oh Mann. Es muss doch nicht so ewig dauern, bis es mal hier das Ding da eingelegt hat. Starte. Schneller. Fliech. Fliech. Oh, du bist so dämlich, ey. Hey, kauf den verfickten Überholfügel, du Arschrampe. Oh, da puzzle ich's doch lieber. Oh Gott. Oh, nee, ey. Oh Gott, ey. Was sollen eigentlich die beschissenen Diamanten? 37 von der Wichse, ey. Alter, lass it, lass it. Nee. Fahr doch weiter. Fahr doch weiter. Das Auto ist doch fast wieder... Oh mein Gott. Genick Salto. Einmal, ja. Öfter kriegst du den auch nicht hin. Fahrzeug. 300 kann ich mir. Ach so. Ja, da bin ich wenigstens im Bus. Ja, hiermit fliechst du doch direkt auf die Fresse. Ja, da kannst du auch vergessen. Ja, hier irgendwas mit Dach. Ich will irgendwas mit Dach. Aber, nee. Da kannst du ja Jahre, Jahre... Ja, genau. Ja, und selbst da, ne? Fliechst du, wenn du auf dem Rücken landest, da kriegst du einen Knick gebrochen. Sonst sind wir endlich wieder beim Startauto... Nee. Aha. Stufe. Kann ich da vielleicht was ändern? Warte, dann auch noch immer das gleiche Bild hier. Oh Mann, ey. Ihr wollt... Oh, das Spiel ist kostenlos. Ja, natürlich. Hier ist so eine Ficke da. Immer diese Scheiß... In-App-Kacke da. Fick doch deinen dringlichen Scheiß. Habe ich jetzt aus Versehen auf Aufnahmestopp gedrückt? Naja, habe ich nicht. Sonst müsste ich da zusammenschneiden, oder wäre da noch unnötig größer. Weiß Wattert ist hier gleich vorbei. Ich habe keinen Bock mehr. Was ist eine Kacke hier wieder. Juhu. Ich versuche jetzt noch einmal mit Geduld. Nee, das ist besser so. Nicht mit Maus. Dann kann ich schnell gucken, hin und her bremsen. Hin und her bremsen. Hin und her die Pedale drehen. Fahr da hoch jetzt. Du hast einen Allradantrieb. Da merke ich aber nichts von. Jetzt würden sich nämlich das vordere Rad auch drehen, wenn ich hier den Bärschung will. Da passiert nämlich nichts. So würde ich dann nämlich auch nicht hochfliegen. Fahr jetzt langsam über die Brücke. mal spart wohl Sprit, wenn man nicht so viel Gas gibt. Bei dieser Wichse hier. Kriege ich mal einen Rekord, oder was? Nee, nee. Alter. Nee, nee. Letzter Versuch. Dann mache ich den Scheiß hier aus und lösche es sofort. Ja, genau. Ich verbrauche Sprit, aber wo ich gar kein Gas gebe. Was ist das für ein Scheißspiel? Ach nee, das heißt, dass ich, äh, 55 Meter ist der nächste Sprit. Aber das geht doch trotzdem runter. Also verarsche mich doch nicht. Was ist das für ein Auto? Das frisst schon, das frisst schon so viel Sprit nur im Stand. Du musst da auch schon nach fünf Minuten an der Appel stehen, tanken. Alter, wenn du schon mauligst, dann mauligst du noch zusätzlich. Ist die 400 Meter. Die 400. Ah, jetzt da hoch. Arsch. Warte, verbraucht wahrscheinlich Sprit, wenn ich dich bewege. So, da hinten gleich am Bärsch. Ganz langsam. Ich bin jetzt wieder voll. Hey! Deine Kacke. Hier ist, hier ist die Stelle, glaube ich. Pass nicht, dein Ernst, ne? Fahr da jetzt hoch, Mann. Oh, shit. Ääääh! Was für ein Asian Drama. Wollt ihr mich verarschen? Unlimited. Over 10.000 auf die Top Asian Dramas von China, Japan und South Korea. Select vom 4 auf die Top Drama Source auf das Internet. Ne. Könnt mir mal fett am Arsch runterrutschen. Ne. Was ist hier das hier? Besseren Motorschau bringen wir an Leisten. Mit dem Zusatzpunkt jetzt kommt zu Hügeleicht. Erkleben, weiterspringen, was ist Tricks, vorführen und mehr Boni sammeln. Was denn für Tricks? Ich komme doch nicht mit meinen richtigen Bärsch hoch. Ja, hier, komm. Ja, dann bleib mir nur noch das. Komm, ein Mal machen wir noch. Gucken, wie das Auto jetzt fährt. Nicht besser. Ich falle, du ist mutterartig. Ne. Fick deine Scheiße. B steht eine Wurst auf dem Tisch und hau deinen. Das ist wirklich so ein Suchtspiel. Man hat Hass, aber man spielt. Man will weiterkommen, aber das ist jetzt wichtig. Letzte Runde. Du kriegst halt immer auch Münzen dazu am Anfang. Dann denkt man sich, ja, dann kannst du das nochmal machen, dann kriegst du gleich nochmal Münzen dazu. Dann kannst du dir noch einen Scheiß kaufen, dann willst du vielleicht besser und kannst nochmal noch ein Stück weiter und dann machst du das immer wieder. Das ist ein verficktes Scheiß-Suchtspiel. Aber ich lösch es. Das ist eigentlich einfach immer nur Kacke. Dann würde ich lieber Doofus-Drop spielen. Das ist halt wenigstens irgendwann voll und fertig. Dann kannst du auch ohne. Äh. Das ist übrigens keine Werbung. Dann kannst du auch ohne Pay to Win machen. Fall jetzt hoch. Fall jetzt runter. Fall jetzt hoch. So, jetzt, so. Jede schön. Und bam, ala bam. 500, geil, ala. Uwa. Oha. Noch 10 Meter bis zum Tank. Oha. Geil, ala, geil. Oha. Gleich kommt wieder die Arschlochstelle. Hä? Hier ist die Arschlochstelle. Eine Arschlochstelle ist hier. Ich hab doch jetzt mehr PS, hat er doch gesagt. Ich hab' ich keinen Sprit mehr. Nee. Nee, nee. Ach, shit. Nee, es ist vorbei. Ciao. Es ist vorbei. Es ist zu Ende. Hm, Fahrrad tot. Ja, für immer. Ciao. 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 Ciao.